Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten COD-Gameplay. Ich zeig euch mein Gameplay, ich hoffe euch gefällt es. Haut rein, viel Spaß. Ich hab'n Robot. War-Bird wartet auf Befehle. War-Bird in Tarn-Sequenz aktiv. Unsere Drohne ist online. Ich war da ganz halt unten in dieser Höhle. Und jedes Mal wenn die's eingenommen haben, bin ich reingegangen. Krieg ich ja 200 Punkte und ich hab' dir dabei noch abgeschossen. Unsere Drohne ist online. Stellung umkämpft. Der Schutz ist bereit. Stellung umkämpft. Was ist denn das denn da? Noch'n Robot! Oh, es geht grad mit mir ab, ey. Gnadenlos. Levelaufstieg. Scheiße, ey. Komm, ich hau' den nächsten raus. Ich hab' den KI gesteuert. Deswegen schieße ich von alleine. Ist viel besser. Stellung identifiziert. Ich hab' Angst zu sterben. Ich hab' Angst zu sterben. Warboy, schieß die ab, schieß die ab! Sind alle rausgegangen? Sind alle rausgegangen wegen mir. Oh, es sind alle rausgegangen wegen mir. Wie geil. Oh, Junge. Die Lobby mag ich. Also, wenn ich wieder so'ne gute, coole Lobby habe, gehen alle wieder raus, ne? Ich hasse es. Stellung identifiziert. Stellung identifiziert. Stellung identifiziert. Boah, jetzt ringen sie sich verschwind doch direkt auf, hier. Die Stellung gehört uns. Uah! Drei Abschuss! Boah, Junge. Die laufen alle meine Waffe rein, ey. Hahahaha. Skrupellos, um zu sterben. Alter! Boah, es geht hier ab, ey. Oh, scheiße. Das hättest du sehen müssen, ey. Das Video speicher ich gleich. Boah! Jetzt gibt's so unnormal Glück. Die haben alle meine Waffe reingelaufen. Die haben die Stellung identifiziert. Die Feinde haben die Stellung erobert. Verbündete Drohne über uns. Oh, hell. Bein von EMV getroffen. Ausrüstung und Exoration ausgefallen. Komm, mehr Leute. Mehr Leute sollen hierhin kommen. Mehr Leute. Mehr Leute sollen hierhin kommen. Mehr Leute. Mehr Leute. Ja. flex. Verbündete Bombadierung räumt den Weg. Ich hab mal kurz ne Warboys draus, ne. wieder verbündete drohne aus verbündete drohne einsatz stellung identifiziert ausrüstung und expo aktionen ausgefallen unsere drohne ist online stellung abgeriegelt vielleicht sind noch da das ist noch voll viele da aber die kommen ich weiß nicht ob ich weg laufen sollte aus dem aus dem camp und da weiter abschließen sollen die risiko ist eigentlich ja wert das war ich nein nein 27 1 fast dna bombe drei kills dna bombe wo ich krieg gleich hier in musik wo ich krieg gleich hier in musik feinde haben die stellung erobert feindliche drohne online boah alter bestes gameplay ne die drohne ist online war verbündete bombardierungen räumt den weg frei die Wer ist denn das für? Ja? Ich kann doch nix dafür. Ich schieße nur die ab, die ich sehe. Äh, was hat der für ne... Jo, wahrscheinlich. Boah, Alter, immer kurz vor DNA-Bombe, ey. Ich muss das zweite Mal. Stellung abgeriegelt. Stellung umkämpft. Ja? Ja, alles, ey. Ich weiß gar nicht, wie ich kille hier. Yo, der holt jetzt... Ich glaub, es ist mir jetzt meine Kill. Ich laufe durch Meldae. Dann passiert doch sowas nicht. Ach, Warbird. Wo? Ach, hab ich schon angehättet, ja. Ich glaub, ich hab schon angehättet, aber du hast ihn wohl... Boah. Och, ey, fast DNA-Bombe. Ich kopf gleich hier, ey. Äh, es geht immer lang, also 10 Minuten geht es genau immer 10 Minuten. Ich klau mich einfach mal. Ich klau mich einfach mal. Sie haben das Geschütz zerstört. Sie haben die Stellung erobert. Die Stellung umkämpft. Na f***, ey. Wie viel? Drei Warboys? Ähm... Verbündete Drohne über uns. Guck mal. Alter, ey. Beste Runde. Hahaha. F***. F***. Guck mal. Auf der H былоitty. Guck mal. Ich versück's Rund. Drei. Ich hab dafür gerendet, nochもの wurde gel ingenpper cheering. Vielen Dank.